Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar, wie schon auf Twitter angekündigt, spielen wir heute Hellblade Senuas Sacrifice. Ist heute ganz frisch erschienen, ist eher von einem Indie-Entwickler muss ich sagen und soll sich aber eher zu den AAA-Titeln bewegen. Also von der Aufmachung her, von der Technik her auf jeden Fall. Ja und da würde ich sagen, schauen wir doch mal rein, was wir da machen müssen. Ich habe mich ganz kurz mal reingelesen, ich wollte nicht zu viel lesen, weil ich wollte mich nicht spoilern lassen oder so. Aber anscheinend müssten wir da mit der Senua, so heißt der Charakter, müssen wir dort ja durch unsere eigene Hölle gehen, durch unsere eigenen Albträume. Die dann auch von verschiedenen Stimmen geleitet wird und und und. Also sie hat anscheinend auch viele, viele Stimmen im Kopf, die sie jetzt da beeinflussen, leiten und so weiter. Aber was wir da genau machen müssen, das schauen wir uns jetzt an. Starten müssen wir es mal, ich habe es noch gar nicht gestartet, muss ich sagen. Und ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall gut wird. Wir spielen übrigens auf der PS4 Pro. Da werden wir doch auch gleich schauen, ob wir da eine andere Einstellung wählen können. Ihr werdet sowieso bloß in 1080p sehen, aber mal schauen, ob wir hier noch irgendwas regeln können mit Spicks Framerate oder oder und so weiter. In diesem Spiel werden Psychosen dargestellt, Menschen mit Erfahrungen. Okay, so schnell kann ich nicht lesen. Genau, Hellbed lässt sich am besten mit Kopfhörern spielen. Ich habe es da auf. Genau, stell die Helligkeit ein, bis das Bild unten kaum noch sichtbar ist. Würde ich machen, wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde. Ich lasse es jetzt aber mal so, dass ihr auch im Video dann auch das alles gut erkennen könnt. So, wir schauen auf die Optionen, was es hier gibt. Gamma, Steuerung, Ton, Kampfgeschwindigkeit, Auto, Foto-Modus. Das lassen wir alles. Okay, Hellblade-Funktionen. Okay, da ist nichts drin. Okay, anscheinend können wir hier noch gar nicht viel einstellen. Vielleicht erkennst du den PS4 Pro-Mode automatisch. Okay, machen wir ein neues Spiel. So, und ich bin jetzt leise, weil jetzt wird bestimmt gleich ein Intro kommen, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Hallo. Hallo. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You are safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now... it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting... They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she tell you coming? She's doing this for him. She wants to rescue you. He's already done. I can feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old. Some are new. But they've... changed. I think the darkness changed them just like it changed her. Look. Around you. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look. Up ahead. In hell high. You see it too? You promised you can't keep it. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Send them back. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Turn back. Go back. It's not safe. It's there. They're here. Can you see that? They can see her. Look around and you'll see them. The drowned. The sick. The slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. I see them. This is not a place of rest. You can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching. They're watching. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness... It just builds onto itself. Growing stronger. Towering over her. You might try and ignore it. Turn away. But it's always there, just out of sight. Where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Send it was fair. And it's far. Fatiba. Okay, wir sind angekommen am Strand. Und es ist alles schon sehr, sehr verwirrend, muss ich sagen. Sie hat auf jeden Fall mehrere Charaktere im Kopf, die alle so miteinander sprechen und sowas. Vielleicht ist sie gerade in so einer Art Zwischenwelt. So einer Zwischenwelt zwischen Leben und Tod. What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. If anyone pushes away a world that conspired to cause so much suffering. Sie lässt eine Welt zurück, okay? There's no need to go back to you. And worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you two have a part to play in this story. Wo sie gerade gegen den Tod kämpft und halt praktisch in so einer Art Albtraum jetzt ist. Und je nachdem, wie sie halt hier rauskommt, dass sie halt dann lebt oder wenn nicht, dass sie halt dann auch stirbt. Also eine Art Zwischenwelt praktisch. Sie hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Stimmen im Kopf. So, werden wir uns mal umschauen ein bisschen. Kann man hier schon irgendwas machen? Steuerungmäßig? Okay. Okay, man kann auf jeden Fall die Sicht zoomen. Die Soundkulisse ist wirklich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Sie muss jetzt fokussieren. Sie muss ihre Augen nutzen. Und ich glaube, dass sie das wahrscheinlich im Let's Play nicht so überhört. kommt, als wenn man wirklich live die Kopfhörer auf hat. So, was kann ich hier machen? Und ich glaube, dass sie nicht so überhört, Sinua. Okay, hier hat uns so eine Stimme. Ich weiß nicht, ob es so eine nordische Gottheit ist oder so. Wir sind ja eher so in der nordischen Mythologie angesiedelt hier in dem Game. Hat uns jetzt so ein bisschen den Weg gesagt, wo wir hin müssen. Aber das kann ich mir sowieso nicht merken. Wir gehen einfach mal, würde ich sagen. Okay, es wird anscheinend dunkler jetzt. Ich muss wirklich sagen, die Soundkulisse ist wirklich absolut krass. Aber sie ist nicht berholt. Oh Leute, das ist so krass Okay, die Dunkelheit wurde zurückgedrängt anscheinend The land of mist and fog The old fool was right What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell The place they call Helheim Okay, ich glaube, dass der Kopf da irgendwie anscheinend ein bisschen verflucht ist Aber sie hat, glaube ich, eine enge Verbindung Weil sie es in Beisicht trägt The source of the darkness is in Helheim Das ist ja einmalig bis jetzt, so hat es ja anscheinend noch nie gegeben Da haben ja auch richtige, also keine Spieleprogrammierer, sondern richtige Psychologen oder sowas haben da mitgewerkelt An der Soundkulisse Also an den Stimmen und so weiter, wie das halt rüberkommt Und ich muss sagen, das kommt schon extrem krass rüber Aber wahrscheinlich nur, wenn man jetzt wirklich mit Kopfhörer spielt Oder man hat, weiß ich nicht, eine Dolby Digital 7.1 Anlage, ich weiß es nicht Sowas habe ich halt nicht Ich spiele halt eigentlich nur auf Kopfhörer So, das soll anscheinend hier Helheim sein Und da drin soll auch der versteckt sein Ich weiß nicht, wer, vielleicht ein Gegner, keine Ahnung, ihr schlimmster Albtraum Ich weiß nicht, wir schauen uns jetzt einfach hier noch ein bisschen um Okay, wir sollen anscheinend den Dillian retten Ja, das wird echt so eine Art Unterwelt oder sowas sein Cool gemacht auf jeden Fall Aber ich kann nicht rennen oder so Vielleicht kommt die Fähigkeit später noch Und ich weiß auch nicht, gibt es hier irgendwie Kann man hier Gibt es irgendwie Skillmöglichkeiten oder Nee Spiel erklärt halt noch gar nichts groß Finde ich aber auch nicht schlecht, muss ich sagen Man muss nicht immer alles gleich Von Anfang an erklärt bekommen Und wenn euch das natürlich gefällt, was ihr hier seht Würde ich mich natürlich sehr, sehr über den Daumen nach oben freuen Ein Abo oder auch einen Kommentar, wie ihr wollt, Leute Und ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben Ob ihr vielleicht So, vielleicht habt ihr schon ein bisschen mehr Durchblick wie ich jetzt in der Story hier Also für mich ist das halt jetzt die plausibelste Erklärung, was ich jetzt so erzählt habe Die Brücke nach Helheim Ich verliere seine Namen Ich verliere seine Namen Sie verliere ihn auch Aber sie erinnert, dass nur die Toten sie überraschen können Okay Wir müssen anscheinend jetzt Also über die Brücke können wir anscheinend nicht Wir müssen anscheinend auf einen verborgenen Pfad Eine Art Hintertür, denke ich mir Weil auf der Brücke nur die Toten gehen dürfen Okay Ich denke mal da hinten werden wir nicht weiterkommen Mal hier schauen Das sieht schon verdammt gut aus Also ich muss sagen, dass es zur Zeit alles rauskommt für die PS4 Gibt es übrigens auch auf dem PC Aber ich glaube nicht auf der Xbox Ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube ich habe gelesen Es gibt es nur auf PC und PS4 Aha, hier haben wir schon wieder so ein Siegel Die Norden sprechen von neigen Worlds Die Welt der Menschen, die wir nennen, Midgard Skygods, die in Asgard The gods of Earth, Harvest, Wind und Sea Dwell in Vanaheim The Good Elms dwell in Alfheim The Evil Ones dwell in Svartalfaheim The Mountain Giants dwell in Jotunheim The Fire Giants dwell in Muspelheim Niflheim ist the world of ice and darkness Only the dead dwell in Helheim And that is where you must travel Okay, ich glaube das spielt in dem Universum Wie auch, ähm Ah, wie heißt der denn jetzt Hier von den Wo er Hulk spielt und sowas Fällt der Name jetzt gerade nicht ein Aber ich glaube ihr wisst schon Ich meine von der Comicfigur Okay Leute, ich würde sagen Bevor wir aber jetzt dort oben hoch gehen Machen wir an der Stelle einen Cut Und ich würde mich natürlich freuen Wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet Das ist super super spannend Und super super mysteriös Gefällt mir richtig gut bis jetzt Okay, wir haben noch nicht viel gesehen Aber rein von der Technik her Also wenn ich jetzt nur auf die Technische gehe Ist es schon wirklich cool gemacht bis jetzt Aber wie gesagt Technik, äh Technik ist ja nicht alles Wir müssen natürlich auch Das Gameplay anschauen Von dem haben wir bis jetzt Dann nicht so viel gesehen Aber ich würde sagen Das schauen wir uns dann In der nächsten Folge an Und ich schaue dann nochmal nach Was das für ein Universum war Weil die Namen sind mir bekannt vorgekommen Genau, dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao, ciao Euer Andi